Die Geschäftsleitung hat sich entschieden, sich vom Rennsport zurückzuziehen. Sich zurückzuziehen. 60 Jahre Motorsportgeschichte. Vorbei? Ich liebe die Geschichte des Motorsportes. Und Mercedes-Benz sind Teil dieser Geschichte. Es gibt niemanden größer als Mercedes-Benz. Dieser Sieg bringt Caracciola zum dritten Mal die Europameisterschaft. Der erste Platz Juan Manuel Pantio. Man wird nicht Weltmeister, wenn man sich in das Steuersetz und aufs Gaspedal tritt. Nein, nein, man muss mit Autos groß geworden sein. Selbst heute müssen wir sagen, die waren einfach gut. Nicht nur geil. Rudolf Caracciola hält auf Mercedes-Benz nun internationale Geschwindigkeitsrekorde. Man hat einen Beruf ergriffen, wo man weiß, das ist gefährlich. Da muss ich von vornherein im Klaren sein, ich nehme das in Kauf. Wenn ich das nicht aushalte, dann muss ich sofort aufhören. Das heißt, wir waren einfach dem Rennsport so verfallen, dass uns der Tod nicht abschreckt. Ich fahre bei mir. Ich fahre weiter. 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 Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft!